Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Future Soldier Part 5 Ich glaube ja 5 Ah, irgend sowas Wieder zusammen mit Vex und mir und wir wollen jetzt irgendwo eindringen Ich habe hier nicht gerellt, wohin eigentlich, wir dann irgendein Flugzeug glaube ich abfangen Ja Und meine Verabschiedung war kein Versuch irgendwas mit Tschüssen zu sagen Aber wer hat die Zoll gehört hat Vielleicht schaffen wir dich noch mal ein Jahr mehr als bei Vex Part Ja, das wäre echt gut Was übrigens alles seine Schuld war Ja Komm, die zwei schallt mal aus Also Nummer 1 Die links hier Oh, ja, okay Oh, fuck, ja, ich habe natürlich meine nicht schallgenämpfte Waffe genommen Das fängt schon mal gut an Ich bin so ein Held Aber wir werden nicht mal entdeckt Ah, also Oh, doch, wir wurden glaube ich schon entdeckt Ja, schon, wir wurden entdeckt, aber die Mission ist nicht viel geschlagen Das ist trotzdem festgenagelt Also für mich halb so wild sein Heute auf 9 Uhr Die Maschine rollt los Okay, ähm Flugzeug abschießen? Was für ein Flugzeug? Achso Schießt auf den Motor Äh Was denn für ein Flugzeug? Flugzeug, aus der Händen Wo denn? Ich bin tot Ich kann mich gerade nicht bewegen Bin ich über eine Miene geflogen oder sowas? Ich habe keine Ahnung Vex wurde getötet Ich war es nicht Das sah voll komisch aus Ich laufe plötzlich fliege ich weg Ohne Begründung Ich fliege einfach nach links Tot Achso Hat eigentlich irgendwer von unseren Abonnenten einen Discounter gemacht? Ich weiß es gar nicht Das wäre mal lustig Ja Bei Halo haben sie ja schon angefangen Ja Ich bin zweimal gestorben, da war das gar nicht meine Schuld Gegner zu euch Wo sind die Gefeinde, die da drüben waren? Ach da Schreibt mir jetzt einfach die hier aus Den hier und den Also 3 2 1 Schieß doch, danke Ich habe irgendwie die Feinde auf der anderen Seite ausgeschalten Achso, ja auch gut Boah Das ist dein Ernst Geh in Deckung! Immer ich Okay So, in Deckung Wo muss ich überhaupt hin? Aber ich habe mich schon so ein bisschen in das Spiel verliebt Ja, ich auch Ich finde es cool Ich suche mal das Flugzeug eben Ja, das ist ganz da hinten irgendwo Ach da! Okay, okay Fuck, ich habe es gesehen, aber Ach da, ich sehe es, ich sehe es Komm, ich schaue es Ich bin tot Nein! Oh, verdammt Ich wurde exekutiert Achso, scheiße Ich wollte es gerade abschießen Okay Brille, Druck voll auf mein niges Ohr, das geht gar nicht klar Ich habe die geilste Idee, wir schleichen uns mal durch Das klingt eigentlich ganz in Ordnung Ja, ne? Hat schon was Das fand ich auch besser so Ich glaube auch Und ich habe schon wieder vergessen, mein Dings zu starten Mein Timer Tief zu spielen macht auch wirklich Spaß Äh, ist schon so Ähm Tarnung ist an Uhr Okay, weiter Start So, ja Ähm, ich würde mal sagen, wir gehen auf die linke Halle Durch die linke? Okay Weil Weil da aus konnte ich noch ziemlich viel vom Flugzeug sehen Ja, das stimmt Ich erkenne noch zwei Auf zwölf Uhr Das ist schön, dass du noch zwei erkennst Hura Bin gleich da Das hilft uns auch nicht weiter Oh, ich wollte gerade eine Grenade greifen Oh, sonst sehen sie dich Da ist noch einer Oh, die Drüben in dem Gebäude Diese Tarnung, ey Ähm Moment, die kann ich Die kann ich eigentlich töten Den denn? Ach, den Ja, geil Ja, okay Einfach durchrennen, einfach durchrennen Ich probier's Sie gehen nach rechts Dann geh ich nach links Vorwärts Der Flieger wird hier nicht lange auf uns warten Okay, ich bin auf die Maschine heute los Ich weiß, ob ich drauf schießen muss Ich glaub, ich weiß es Schießt auf den Motor Motor, wo ist der? Das da Ah, ach so klar Motor Auf den anderen Motor Oh Gott, ja geil Da ist Oh, fuck Andern Seite ist Er gibt gar keinen Sinn Hä Wie zweit soll man denn auf den linken Motor schießen Wenn man nur die rechte Seite sieht Nein, sie hat Probleme Sie kommt runter Ach ja, ich bin tot Ja, geil Ich muss grad irgendwie von irgendwem gehalten werden Ah Ich weiß, was von einem Arsch Der läuft aus hier Oh, geil Okay Das hört, die Kay hat mir grad aufgehört Und ich werd sofort umgebracht Geil Ich kratze nur Ich bin grad nur am abkacken gerade Ich bin auch eher tot Oh, Mann, oh Mann, oh Mann Okay, mir wird grad geholfen So Okay Ey, der kratzt mir am Arm und lebe ich wieder Das ist voll cool Ja, warum auch immer Moment, wo sind die Ach, da oben Nee, oder? Ja doch, da oben im Turm sind welche Die seh ich denn gar nicht So Moment, wo sind die denn welche? Wie einfach mal niemand Pepper heilt Da oben Pepper mag keiner So Jetzt aber Vorsicht, wir haben sich mehr im Griff Sie können nicht weg Na, wir wollen weg, hab nicht, schade Also bei mir Klappt da nicht ganz gut, oder? Sie gehen nach rechts So Sichern sie den Bereich Hier ist noch nichts mehr, oder? Äh, Moment Ach, warte mal Oh, schieß der bitte Irgendwo ist noch einer Ich such ihn mal Ich auch Ah, da ist er ja Nasch Das war bestimmt gescriptet, dass die Maschine losliegt Ja, also ich glaube abschießen hätte man, ja Wahrscheinlich hätte man nur einen Motor abschießen müssen Okay, wir müssen jetzt die Absturzstelle sichern, ja? Wie viel Zeit bleibt noch bis zum Sturm? Zu wenig Hä, da hinten? Ist die da hinten hingeflogen? Oh Okay Oh, wie schade, wir können nicht unendlich dann rennen Äh, doch, können wir glaube ich schon, aber Oh, das ist scheiß Auto Oh, okay Habe ich noch Ja Ich bin doch an, hatte Es geht los, bereit machen Oh Zusammen bleiben Wir dürfen nicht getrennt werden Das wird ungemächtig Okay Oh, geil, wie man ohne Magnet zieht einfach mal gar nichts zieht Ja Ey, wie epic Kommt da noch ein Auto, oder was ist das da hinten? Ja, wie epic Da bin ich irgendwie was Ne, da bleibt mir was Oh, der ist doch den Sandsturm, ist ja ab nochmal Ja Haha Schnell im Anmarsch auf die Absturzstelle Overlord, unverständlich, wiederholen Beenden die Kommunikation, bis der Sturm vorbei ist Geil Wir sind wohl auf uns gestellt Bleibt zusammen und weiter zur Absturzstelle Das kann kaum noch flimmer werden Von mir ist, könnte der Sturm die ganze Zeit da sein Das kommt voll richtig Richtig atmosphärisch rüber Das sieht richtig gut aus Ja In der Magnetsicht sieht's auch wie Schnee Yep Yep Ist so Ein bisschen komisch umherwirben, der Schnee Aber es wäre ganz geil, wenn wir wenigstens rennen könnten Ne, gut, aber was will man Ich mein Das sind immerhin 100 Meter Warte mal, wir müssen wieder durch das Camp und es ist in Aufruhr Nur nach 100 Metern Darum können die nicht mal in der Nähe abstürzen Beim nächsten Mal Ich will kein nächstes Mal Da ist ein Auto Warte mal Allee Ne, lohnt sich noch nicht Sind wir endlich mal da? Komm, ist Sensorgranate hinwerfen Okay, da hinten Das sind ein Haufen Lichter und was weiß ich noch alles Das war ein unglaublich ungünstig gemähter Punkt für die Sensorgranate Oh Gott Ey, was? Oh Gott, oh Gott Oh, das ist ja ein Auto Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht Oh Gott, das war knapp Ey, man kann auf den Motor schießen, wie geil ist das denn? Warte mal Oh, da will ich es aufschießen Ne, nein Oh Ich wollte es ausprobieren Eigentlich auch noch, habe ich es aber gelassen Ey, die ganzen Zelte fallen hier ein, so ein Scheiß Keine Deckung Er ist tot Sie können nicht weg Ich hätte das vielleicht echt lassen sollen Vielleicht Ja, vielleicht Was? Lol Oh Gott So, Granate hin Fuck, der ist los Oh, wo müssen wir eigentlich achter ran? Ich weiß nicht, ich jag da mal das Auto hoch Oh Gott Nice Gut Oh, ich sehe gerade nichts Was ist jetzt los? Ich glaube, ich bin tot Ich bin gerade voll von einer Granate erwischt worden Das war total orientierungslos Ja, der Sandsturm macht gerade irgendwie Probleme Na ja, mal schauen, wie oft wir in deinem Part wählen Oh mein Gott Ich weiß, dass das Spiel hat so eine Spielzeit von 8 Stunden Wir schaffen es in 28 Jawoll So, Pi mal Daumen Aber das wäre dann auch nichts anderes wie bei Holly LP Wir müssen wieder nach dem Camp und es ist in der Aufruhr Kommt, was ohne die mal genetigt Hier ist noch einer Ach, den hast du schon getötet Ja, der hat mich angeguckt Ja, der hat mich angeguckt Der hat mich angeguckt Töten Was soll ich denn machen? Soll ich warten, der zurückschießt? Wie lustig, dass die Zelte weg wird Ach, das cool ist auch, dass die Zivilisten nicht angezeigt werden auf der Magnetsicht Ja, damit man Den nicht abknallt Ja, eben, damit man den nicht abknallt Soll ich den da töten, da vorne? Da ist noch einer Alle Patrouille Ja oder nein, ja oder nein, ja oder nein Ja Ich hab mich getötet Ja, die kann man auch töten Oh, wie weit du schon wieder vor bist Ich lade nach Wait for me, guy Wait for me Noch ein Gegner Das Gute ist ja, die sehen auch alle nichts Ja, das ist cool Hä? Was? Wer sieht mich denn? Wie sieht ihr mich? Oh fuck, ich wurde entdeckt Ziel erledigt Äh, wem? Hier war nämlich irgendwie keiner Von wem denn? Von dem da Ja, okay Oh Gott, ich kann die Sanktel bitte mal aufhören Ey, ich wollte auch gerade sagen Ist gerade voll der Abfuck Oh, Nachschub Abartig langer Sandsturm Außerdem Auch wenn ich überhaupt nicht weiß, wie langer Sandsturm eigentlich sein kann In der Deckung Der Feist bekommt das Schlag, Kroll Er, B auf den Zielen Was? Oh, okay Ja Wer hat das Funden? Ricola In der Deckung Den da und den vom Turm, die auch ganz gerne mal weg Alkohol Alkohol, Alkohol, Alkohol Oh man, Granate, Granate, Granate Das war jetzt Glaube ich Achso Oh, jetzt geh ich schon hoch, du scheiß Granate Danke So Kontakt auf 12 Uhr Ach nee, da kann ich nicht durchschießen, oder was? Ach, das ist ne, ah, okay, das ist ne Mauer, ne richtige Oh, cool Ähm, das sieht man mit der Magnet sich nicht So, versammeln Ja, bin schon da Mein Lord Kumbaya, mal Lord Oh man Gänst das? Kumbaya, mal Lord Kumbaya, mal Lord Kumbaya Das ist voll geistig Ja So, machen Abstandstelle sichern Ich würde sagen, danach nehme ich da noch ein paar drauf Wie lang ist das schon bei dir? Äh, gute Frage, warte Vier Minuten noch Okay, alles klar So, ist ein Sandsturm, dass da einfach mal mittendrin aufhört? Oh, endlich die normale Sicht wieder Irgendwann hat's genervt Es wird um einiges schwieriger, sobald es mehr werden Auf sie Sensor aktiv Achso, Sensor Keine Ahnung Feinkontakt auf 12 Uhr Ich zähle drei Schützen Ähm, irgendwie Alter, wie ihr so weit vorne seid, ich bin ganz hinten und mich sieht er Tarnung aktiviert Aufpassen, noch drei Auf dein Signal Gern Erledigt Lade nach Man, die schießen viel zu spät, alter Da sind nur drei Ich soll ein Signal geben und die schießen viel später als ich Oder muss ich sonst noch irgendwas bestimmtes machen, damit ich anfangen zu schießen Sensor, ich bin bei der Abstandstelle Vielleicht kommen wir nicht runter Das sieht voll lustig aus, wie du so eine Zeitlupe gehst Einläufst, als du dich runterkommst Wo muss ich, wo muss ich dich hinstellen? In Wartung Wir sind an der Abstandstelle Verstanden, die schnelle Eingreiftruppe kommt, um den Bereich abzuschirfen Aber der Feind rückt schnell her Sie müssen die Position halten Oh man Aber da kann das sein Wollen wir das Wollen wir das aufhalten bei dir machen? Da kommen noch mehr! Kommt direkt voraus! Dann würde ich sagen, wir bekämpfen diese bösen Buben bei Wax Bis denn Ziel hat er nicht! So